Wir können uns einfach während der Phase ansagen und ansagen mit einer Schattenschutzsacke zuhören. Ja, sag ich ja. Und Kostor bei mir stehen. So, Dominik, komm her, stell dich richtig in mich rein. So, das müsste reichen, dass wir runterkommen. Sehr gut, ja. So, jetzt sind wir hier unten, Dome, und hier sind diese Priester, die knallen jetzt ankommen. Hier findet die drei noch, dann wieder in fünf Sekunden. So, da ist dieses Portal, Dome, klick drauf. Ich bin schon durch. Perfekt. Aus Versehen, aber mitgeklappt. Fickt ihn durch. Sehr schön. So, die Dings von drunten, perfekt. Wer hat den nächsten Gedankenschlag? Ach, du. Okay. So, ihr müsst nach vorne kommen. Bobby und, äh, Schatou. Robert da. Ich bin schon unten. Ich bin schon unten. Boah. Ich bin schon unten. Boah. Könnte nix mehr kicken. Geht auseinander. Geht ein bisschen auseinander, dass er nicht aufeinander steht. Ich kann ihn links nicht nehmen, den Schattenschutzzwang nicht. Ich hänge. Hast du irgendwas anderes genommen? Ja, ich weiß. Hab ich auch grad gesehen. Der Lost ist ja durch, Dome. Versuch irgendwie zu überleben und durchzuziehen. Du hast nen G so nicht vergessen. Sehen. Zitzen. Bist. Geht. Bist. Ja. Recht. Sit. Die Dings. Zitzen. Kein. Zitzen. Bis zum nächsten Mal.